So liebe Sportsfreunde, das sind jetzt 170 Kilo. Ich will das noch mal zeigen. 5 Kilo, kann man das so erkennen? 5 Kilo, 50 Kilo. Hinten dran ist eine 20 Kilo Scheibe. Das sind zusammen 170 Kilo. Und wie viel an die jetzt? Mit 70 Millimeter Fat Grips. Hier sieht man das. Fat Grips. Mit 70 Millimeter Fat Grips heben. Ein unfassbares Gewicht. So, ich lasse es mal laufen. Damit ihr seht, dass wir jetzt auch nichts zwischenmöglich abgeschabt haben oder so. Fokus, Andy. Lightweight. Lightweight, baby. Ja. Come on. Lightweight. Come on. Come on. Let's go. Let's go. Unfassbares. Ha ha ha. Ha ha ha. Ja. Ha ha ha. Ha ha ha.